Das gefällt mir. Mit Erde, da zupfen sie rum. Es ist morgen kalt gefressen. Du bist zwar ein Hübschen, du auch. Das ist der Traum. Das gefällt mir. Grünzeug habt ihr am liebsten. Das habe ich schon gemerkt. Da pfeifen auf die Kärndln. Das ist auch nicht so interessant. Das ist echte Nahrung. Pio-Photonen. Ja, Schnuppel. Obst hin und her. Wahnsinn, das ist jetzt leider. So, genau so die Wachteln. Die graben sie da richtig ein. So wie jetzt haben wir die Erden rein. Wenn sie rumgraben. Super. Gell? Ihr Süßen. Das ist ein Wahnsinn. Echt, liebe und gescheite Tiere vor allem. Jeder glaubt nur, das sind alle dumm und bla bla bla. Nein, nein. Sie sind sehr gescheit, zutraulich. Sie schauen genau, was man macht. Sie beobachten einen. Sie können noch so etwas Kleines in der Hand haben. Die wollen das haben. Gell? Schnippe. Gell? Aus dem Fernsehen. Spaß. Na gut. Ich wollte nur zeigen, dass es Ihnen gut geht. Ich freue mich. Ich freue mich über euch, gell? Das war süßen. So, nochmal zu den Händln. Seramas. Alles endlich. Ja, Schnupsel ist. Grün ist gut. Ihr habt es auch schon gekriegt. Einer von euch. Super. Dankeschön. Tschüss.